ErzTV fragt. Wussten Sie, dass? Wussten Sie, dass es das Welcome Center Erzgebirge gibt? Die Einrichtung der Wirtschaftsförderung Erzgebirge versteht sich als zentrale Anlaufstelle für erzgebirgische Unternehmen und Zuwanderer aus dem In- und Ausland, die in der Region arbeiten und leben möchten. Seit Gründung des Welcome Center Erzgebirge im Juli 2016 hat es nach eigenen Angaben 256 Rückkehrer bzw. Zuwanderer aus Deutschland individuell beraten, hierbei auch in 80% der Fälle mehrere Kontaktaufnahmen und Beratungsthemen je Fall. 310 Zuwanderer aus dem Ausland individuell beraten, hierbei in 65% der Fälle mit zwei oder mehr Kontakteinfragen. 211 Unternehmen individuell beraten und in Informationsveranstaltungen und Netzwerkveranstaltungen über 750 Unternehmen zu Zuwanderungs- und Integrationsthemen sensibilisiert. Das Welcome Center Erzgebirge ist in Annaberg-Buchholz, im GDZ oder im Internet unter www.welcome-erzgebirge.de zu finden. 7. 8. 9. 10. 11. 12.